Hallo meine Lieben, das ist mal kein Gewinnspiel-Video, sondern ich wollte euch einfach sagen, was heute los war. Ich habe mir dieses Handy geholt beim Aldi Süd und ich muss euch sagen, es macht wahrscheinlich keinen Sinn mehr für euch jetzt dahin zu fahren, um euch so eins zu kaufen für 159 Euro. Das ist ein Samsung A22 5G, denn es gab nur drei Stück. Ich habe das zweite bekommen, der hinter mir das dritte, die ersten drei Verkäufe waren Handys und dann waren die weg. Ich glaube, müsst ihr Glück haben, wenn euer Aldi mehr hat. Ich hatte schon einen Galaxy A40, das mich immer gut begleitet hat, jetzt aber der Akku immer schneller schlapp macht und die Kamera hinten zerbrochen ist, deswegen habe ich ein neues gebraucht und dann mal sehen, wie das funktioniert. Das soll eine, ich glaube, 48 Megapixel, Triple Hauptkamera hat das, eine 5 Megapixel, 2 Megapixel und 8 Megapixel Frontkamera steht da. Octa-Core-Prozessor, LTE 5G fähig, 64 GB interner Speicher, vertragsfrei, kein SIM-Lock, ich glaube, zwei Jahre Garantie bei Aldi. Also, da habe ich mich genauso gefreut, wie bei irgendeinem coolen Gewinn, denn ich habe das Handy bekommen und bin nicht umsonst heute früh aufgestanden. Also, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.